Ja Leute, darf ich euch meinen neuen Travelmate vorstellen? Das ist Günther. Sag Hallo! Na gut, ist noch ein bisschen schüchtern, aber das legt sich nur. Untertitelung des ZDF, 2020 Das finde ich ja auch geil. Es gibt in Australien an solchen Stränden hier immer wieder solche Kochstellen. Das heißt, ich kann einfach am Strand kochen. Geil! Das ist ja auch geil. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So Leute, ich erzähle euch mal ganz kurz, wie ich bis jetzt gereist bin Ich bin nämlich bis jetzt von Perth nach Bunbury gefahren Von Bunbury dann weiter nach Baselton Von Baselton dann nach Dunsborough Und bin jetzt nordwestlich von Dunsborough in Naturalis Und es ist einfach nur traumhaft Ich zeig euch das mal ganz kurz Wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht Also wirklich geil hier, ehrlich Bis jetzt ehrlich gesagt das Highlight Meine Trips bis jetzt Weil ich hab sowas Geiles noch nicht gesehen Ja gut, ich bin sprachlos, ne? Und an diesem Ausblick, da würde ich mich niemals daran gewöhnen Das ist einfach so geil Sorry Leute, aber bin ich auch einfach mal sprachlos? Das ist mal sowas von geil Guck mal, hier gibt's so'n Lokboot Dann kann man sich nicht wegnehmen Das ist einfach sowas von geil Guck mal, hier gibt's so'n Lokboot Sowas, dann kann man sich nicht wegfragen Ich mach das natürlich jetzt auch Dann trägt man sein Abend ein, wann man hier war Und so weiter Und kann man noch einen Kommentar abgeben Und das machen wir einfach mal Und wir tragen einfach mal ein, dass wir heute hier waren Dann schon stehen wir hier drin Geil du!